Dann leih ich mir ein Ziffer hier und setze ich hier dran. Und dann habe ich, wie viel? Siebzehn. Siebzehn, genau. Nehme ich mir eins da, setze ich hier, dann habe ich siebzehn. Siebzehn minus acht? Neun. Dann schreibe ich hier, neun. Und was ich mir ausgewiesen habe, wie sehen Sie auch, ich habe immer mein Werte dabei. Habe ich mir eins da ausgeleihet, und ich gehe in mein Werte. Um nicht zu vergessen, die Seite ist fertig. Nächste Seite. Drei minus, also ich habe mir was ausgeliehen. Das tue ich nochmal hier runter zurück. Wenn ich das hier runter setze, ist das, ist wieder zwei. Dann drei minus zwei, habe ich eins. Und der Werte ist wieder leer. Siebzehn minus drei. Und siebzehn minus drei war? Vier. Richtig. Und das war's. Und erinnert mich. Diese zwei, was dahinter noch geblieben ist. Und jetzt haben wir 342 durch 57. Sechs. Sechs. Sechs mal sieben, zwei und vierzig. Es bleibt vier, was wir im Behälter machen. Sechs mal fünf, plus vier. Vier, drei. Und wieder substrahieren. Null, null. Wie nennt sich denn Ihre Muttersprache? Und wo auf der Welt spricht man Bar-mi-le-ke? Bar-mi-le-ke spricht man immer nur in Kamerun. Es gibt sowas nur, das ist wie hier in Deutschland gibt es so eine Sprache, Deutsch. Und dann gibt es nochmal extra Dialekte. Und Bar-mi-le-ke ist so ein Dialekte von Kamerun. Die Hauptsprache ist Prassistisch und Englisch.